Da ist auf jeden Fall ein Portal gerade erschienen. Wir kennen die Portale ja noch. Ich versuche mal einfach hier rein zu springen. Hep! Okay, hat sich erledigt. Hätte mich auch gewundert. Hier können wir auch nicht vorbei an der Seite, oder? Okay, ein normaler Wachmann. Nicht alle sind moppelig geworden. Aber cool gemacht. Ja gut, klar. Also ein bisschen hier Standort-Recycling ist es natürlich trotzdem. Aber ich finde das eigentlich ziemlich cool. Aber muss ich ja sagen, dann hat der Soldat das deutlich, deutlich schneller nach... Äh... Schön. Nach... Zum Lambda-Komplex geschafft. Als... Freeman. Also sehr viel schneller. Das war jetzt echt schnell. Wir haben ja jetzt... Im Original hat es ja Stunden gedauert, bis man hier war. Das waren jetzt hier... Das waren jetzt einfach zwei Stunden oder sowas. Das war ja nichts. Oder auch von der Entfernung her halt. Sind wir doch deutlicher. Ich meine, da müssten wir ja vorher riesige Umwege gelatscht sein. Was ist denn das da unten? Soll ich da rein? Nein! Hier ist so ein bisschen die Frage gerade. Oh. Aua! Was? Was ist denn das jetzt? Kann ich da denn überhaupt rein? Ich muss da oben hin wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen blind gewesen. Äh, 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 oh. Was? Tschüss! Da war ein Wissgeschäftler. Ja! Oh, das ist rot. Der hat... Was hat denn der dabei? Was ist das? Oh! Aha! Wie geil ist denn das? Eine Portalkanone? Black Mesa steht da unten. V-X-V-1-1-3-8-2. Muss ich mal die Baupläne heraus suchen. Das war zu kurz. Das war doch nicht zu kurz. Also interessante Welt. Ich meine, wir sind in Xen, falls man das nicht erkennen sollte. Falls jemand das zum ersten Mal sieht, würde sich ein bisschen wundern. Aber dann sage ich einfach mal, guckt euch das andere LP an. Das ist von Half-Life 1. Ist auch schön. Dann seht ihr mal hier, was denn Sache ist. Ich bin... Ich falle. Kann ich mich nicht selbst dahin portieren? Was passiert, wenn ich... Ja. Das ist wahrscheinlich, um Gegner weg zu porten, ne? Nicht um mich selber hier irgendwie. Das geht ja wahrscheinlich nicht. So. Ja, das hat super funktioniert. Ja, aber wirklich... Also der ist auf jeden Fall weg, aber... Hm. Ich weiß es nicht so ganz. Ich glaube, ich muss das gleich nochmal eben... Ich lad nochmal eben fix. Ich will natürlich die Schüsse nochmal behalten. Ich habe so schon einen verschwendet gehabt. Aber ich möchte da gerne mal... Ich weiß, das ist eigentlich nicht meine Art. Aber... Naja. Was sind schon Arten? So. Tschüss. So geht es nämlich auch. Ich meine, wenn man gerade ein neues Spielzeug hat, dann will man das ja auch irgendwie ausprobieren können. Da oben ist man wahrscheinlich rein. Da oben ist nichts mehr. Aber warum ist ein Wissenschaft da einfach hier reingeflogen? Oder hier reingekommen, reingebeamt worden? Na. Fuck. Sobald man nach vorne springt und in der Luft bremst, bremst man halt tatsächlich. Das habe ich vergessen gehabt mittlerweile. Wahrscheinlich hätte ich da direkt reinfliegen sollen. Das ist ein kleiner Moment dort noch. Brumm. Brumm, brumm. Wo bin ich denn jetzt? War... Wie hier schon mal? Ich will mal eben hier unten gucken. Hier ist nix. Die Musik ist ziemlich cool. Äh... Hallo. Ah. Wo muss ich denn lang? Da oder da? Hier ist eine verschlossene Tür. Hier brauchen wir einen Wissenschaftler oder sowas. Hier haben wir... Oh, ein Aquarium mit Fischen drin. Oder mit irgendwelchen Stängeln, die sich bewegen. Ah, cool gemacht. Ist ja alles nur aufgemalt, aber es sieht nicht so aus. Also aus der Entfernung. Also wenn man beide Augen zumacht. Ist das alles unter Wasser? Der hat sich selber eingeschlossen da. Oder... Trottel. Also die halten ja auch nix aus, die Teile hier. Das ist ja ganz schön. Das sieht ein bisschen... Das Auge sieht eigentlich ganz lupschig aus, aber sonst... Hä? Wo ist er? Achso. Hi. Was hat denn der eigentlich für ein Anzug an? Er sieht ein bisschen... Ja, der hat alles nicht erwartet, was hier denn gerade mal ist. Also der Typ kann uns überall reinbringen, wo wir denn wollen. Wir haben ja schon einen Ort gesehen, wo wir denn gerne rein möchten. Ja, er blabbert noch ein bisschen rum. Ist ja gut. Na, kommst mit. Den Spruch kennen wir doch irgendwie schon. Den Spruch... Den kennen wir tatsächlich schon, den Spruch. So, hier Jüngkchen, dann gib mal hier Gummi. Vor allem auch hier schön mit Sichtschutz davor, oder mit dem Fenster davor, direkt hier an den Augendetektor ran. Achso, der lebte schon vorher nicht. Habe ich den letzten Schuss verschwendet? Och, Mensch. Schlimm. Ah, ich sehe was. Wo war aber... Ist das die... Ist das die Muni, die auch das Teil hier benutzt? Ne, das ist noch ein anderer. Ne, das ist die tatsächlich. Ah, interessant. Gut, kann man hier hoch? Aha. Äh, aua. Hm, ich finde die Waffe ein bisschen seltsam. Ich weiß... Oh, ist ja gut. Die Waffe ist echt seltsam. Ich meine, die wirft hier nicht wirklich ein Portal hin. Das ist eher so eine Energiekugel, die wenn die aufkommt, dann macht die halt einen Radius für den Flächenschaden. So, wie es denn hier aussieht. Aber muss ich da dann hoch? Wahrscheinlich, ne? Wenn das so... Ja, klar muss ich da hoch. Erstmal darf der Kollege gerne mal hier mitkommen. So, alright then. Komm mal her. Hydrofauna. Studies Laboratory. So. Hier, Uffda. Uffda, Uffda. Volksmusik. So viel zu unserer Hilfe, dass er uns überall hin reinbringen kann. Hat, glaube ich, nicht so ganz funktioniert. Tut das weh? Ja, es tut's weh. Verdammt. Gut, nett. Gut, was für eine Frage. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht gestorben. Es war jetzt keine spontane... Kein spontaner Herzkasper, was ihn da überkommen hat. Wahrscheinlich. Hahaha. Hallo. Na? Oh, der ist schon tot? Grenate vielleicht? Hepp. Oh. Oh. Ah, guck mal. Ohne überhaupt irgendwas zu verlieren. Also ein bisschen Munition. Das war gut. Der eine noch. Na, komm raus. Du bist umzingelt. Ah. Aua. Ach, hier hinten öffnet sich das nicht. Oh, okay. Hi. Das sind aber auch eher so die Parasiten, ne? Diese Viecher. Also nicht, dass die anderen deutlich freundlicher gewesen wären. Aber die sind... Also die sind... Wir sind zwar da, aber ich meine, so wirklich... So wirklich bedrohendlich sind die jetzt nicht. Dass die irgendwie großartigen Schaden zufügen würden. Haben mich zwar jetzt halb tot gehauen, aber das sag ich gerne einfach mal so. So, hier einfach mal durch. Es ist sehr dunkel. Wenn man sich nicht zu helfen weiß. Und das nächste Level. Ohne Namen. Ach, guck mal. Sind wir einfach direkt auf der anderen Seite hier. Wunderbar. Da, wo wir es schon gesehen haben. Aber was ist denn das hier für eine Forschungs... Gut, Lambda-Komplex. Einer von den Kristallen, die wir in Xenon gesehen haben. Die, die uns hier... Das sieht kaputt aus. Die, die zum Portieren notwendig sind. Hier, noch mehr von dem Zeug. Ich glaube, wir sollten das... Wir werden dafür... Wir werden dazu getrieben, dass wir das andere Ding benutzen werden. Ah, doch, es klappt. Äh. Äh, ist das ein Portalitiergerät jetzt, oder was? Es ist auf jeden Fall kaputt. Es ist sehr kaputt. Das hat... Das ist jetzt das komplette Gerät hier geröstet, oder was? Ah, das... Okay. Okay. Der hat hier die Sachen, die... Die Container hier reingeportet. Wie weit ist denn das? Schöne Pampe. Ja, doch ist... Äh, wunderschön. Das bringt vor allem sehr viel, dass die Dinger hier drin sind. Wir müssen noch ein bisschen durch die Gegend schwimmen hier. Ah, Hallöchen. Ja, ich muss ja sagen, es sieht schon cool aus. Ah, Zombies. Na? Lächelt der? Nö, geht. Ah, Aua. Bitte, wenn... Damit war zu rechnen. Ja, komm, wir bleiben nochmal dabei. Hallo. So, vielen Dank. Haben wir noch ein paar Schuss von... Ich wollte eigentlich spontan zu der anderen Waffe wechseln, aber... Die Spontanität hat sich zu einem anderen Dingen gekehrt. Ich glaube, er ist tot. Ich würde gerne sehen, wie das aussehe, wenn die nicht verschwinden würden. Also nicht aus persönlichem Interesse, sondern einfach um wissenschaftlich herauszufinden, wie es aussieht, wenn so ein Teil zerlegt wird. Und so ein Gegner. Ja. Ach, cool. Ich bin immerhin kein Gegner. Immerhin ist auch kein Strom hier im Wasser. Das wäre ja noch schöner. Da hinten ist wahrscheinlich... Ach, das ist ja cool. Hier ein kleiner Riss und schon blubbert irgendwelches Zeug raus. Okay, da will ich gar nicht rein. Da ist ein Bösewicht. Einer von den See-Aliens. Oder eigentlich der einzige See-Alien, der hier vorhanden war. Lalalala. Ne, für dich mache ich das nicht. Für dich alleine. Ja, tschüss. Ja, komm jetzt hier. Achso. Das brachte super viel. Ja, ja. Ist ja gut. Da ist noch so ein... Ach, cool. Mit einer Pirouette gestorben. Hatte was. Das sieht echt ungesund aus. Das ist eher so eine... Ist eine ziemlich mutierte Form von dem Kerl. Normal? Äh, ein bisschen mit Buckel drauf. Ein bisschen leicht geändert. Dann ist noch einer. Einer von den Normalos. Okay, ach komm, Kinder ist hier. Wollen wir doch mal ein bisschen... Hi. Beide sind tot. Oder weg. Wer weiß. Ich weiß nicht. Gut. Ja, und hinten können wir uns ein bisschen aufladen. Ich muss sagen, ich finde es gerade mal ziemlich cool hier. Gerade rechts. Spärisch schon wieder. Wobei, es geht. Es gibt schöneres. Na toll. Ey, Schaden nehmen, wenn man ein Heilungsgerät aktivieren wollte. Tschüss. Da geht es nochmal runter. Hier schwimmen auf jeden Fall so kleine Flatterfische drin. Da ist auf jeden Fall auch das andere Viech draußen. Wunderschön. Und bestimmt überhaupt total gesund. Wahrscheinlich passiert was. Wahrscheinlich machen wir das Ding auf, wenn wir hier drin drehen. Ich werde allerdings an anderen Reglern drehen. Und jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Hier bei Half-Life Opposing Force. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr denn Laune dazu habt. Ich hab's auf jeden Fall. Und sage einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.